Au! Au! Gott damme noch einmal! Fuck! Guckus! Da ist der Herr Maus! Fuck! Ich habe mein Knie angeschlagen! So muss das sein! Ah! So! So muss man schnell einfreiben! Knack, knack! Anderen Sack! So! Ja hola die Waldfee! So! Was gibt es eigentlich heute? Premiere und Hauptpremiere und Altpremiere, was man sich vorstellen kann. So jetzt noch einmal, um hinter den Löffel zu schreiben, um sich das verinnerlichen. So... oder dass er sein Köpfchen flutscht. Vor allem noch einmal, die wichtigsten Sachen des Tages. Obacht! Ich finde Greta Thunberg voll scheisse. Nein! Nein! Kommen wir schon wieder vom Thema ab. Die blöde Kur! Scheisse! Also, Obacht. MMM. Samstag, 31. August. Das Licht ist scheisse. 31. August. Ab 19 Uhr im Kino Cameo in Winterthur. Treffen wir uns. Das ist die Vorpremiere, wo alle eingeladen wurden. Ich mache es hochdeutsch für die deutschen Crown Founding Peoples. So, ihr seid ja alle eingeladen. Ihr habt euch schön angemeldet. Die, die es noch nicht geschafft haben, sich anzumelden, bitte macht das noch. Meldet euch bei mir oder so, weil die Platzzahl ist begrenzt. Circa 20 Plätze sind noch frei für das Kino. Also, es wird knapp. Und wenn noch Leute kommen und das Kino ist voll, habt ihr Pech gehabt. So, alle Leute, die nicht im Film innoviert waren oder nicht am Crown Founding involviert waren, sollten, müssen einen 5 Franken, 5 Libre Eintritt bezahlen. Weil dieses Kino, dieser Event, das kann ich mal kundtun, kostet uns 600 Schweizer Franken. Es wäre toll. Auch die, die eingeladen wurden, ist so wie der Töpperfer, also wie so eine Werbefahrt. Wenn ihr noch ein bisschen Kleingeld bei euch hättet für eine Topf-Kollekte nach dem Film oder besser ist, wahrscheinlich vor dem Film, ein bisschen was spendet für die Kosten für diesen Event. Das wäre cool. Muss nicht sein, aber ich würde mich freuen. So, das Stadtgut-Bier sponsort uns an diesem Abend den Alkohol. Also, Stadtgut ist gut. So, das wäre das mal da. Was gibt es noch? Guck mal, habe ich jetzt alles hier? Ja, ab 20 Uhr beginnt das Programm. Wir gucken zuerst den Film Callers of Emotion vom Herr Bösch. Geiler Scheiß. Dann gucken wir Not Shut in einer schönen Fassung. Und danach, wenn ihr noch Bock habt und die Stimmung nicht komplett im Arsch ist oder alle nach Hause wollen, gucken wir das Making-of. So, neuer Termin, anderes Kino. Sonntag, 22. September, Sonntagabend, 19.30 Uhr, in Cine-Treff in Herisau. Die erste offizielle öffentliche Premiere von Not Shut. So, diese öffentliche Premiere ist gratis. Wir verlangen kein Eintritt. Ich will, dass dieses Kino voll wird. 160 Plätze, die müssen belegt sein. Scheiße! Also, nehmt alle mit. Es ist der gratis der Eintritt. Und als kleines Schmankerl, der Fernsehsender TVU Tele Ostschweiz wird vor Ort sein und Impressionen filmen von euch. das Publikum. Also, wie ihr dann Schweißgebade zusammenbricht und Lachtränen und alles wird aufgezeichnet und ihr könnt auch noch ein paar Fragen dann beantworten und das kommt dann in Fernsehen. Das tut ihr ja so gern sehen. So, das wären die News. Hier nochmal die Not Shut. Die Blu-ray Not Shut gebe ich in der nächsten Woche in Auftrag. Die kommt dann in zwei, drei Monaten, ist die fertige Blu-ray fertig und ihr bekommt alle noch diese Blu-ray geschenkt. Also, die Leute, die am Film mitgearbeitet haben und die was gespendet haben. So, kriegen dann die Not Shut Blu-ray. Ich denke, dass ich dann noch einige Exemplare übrig habe. Die kann ich dann ja verkaufen, weil ich muss ja irgendwie dann mal die 30.000 Franken Kösten wieder reinholen. Das wird nichts. Einen runterholen, das klappt, aber die Kohle reinholen, das sieht nicht so gut aus. So, in diesem Sinne, so Tschüss und wir sehen uns an der Vorpremiere und an der Hauptpremiere. Ist das nicht geil? Ade. Ui!